You are ready to wake up. Großer Medienhype beim diesjährigen Dreikönigstreffen der Pfaffenhofener Kreis SPD in Wollsach. Vom kleinen regionalen Fernsehsender bis zum großen öffentlich-rechtlichen bayerischen Fernsehen. Von der Tageszeitung bis zu den Online-Medien der Region. Mehr Aufmerksamkeit ging nicht. Wie immer zog man Bilanz, diesmal sogar mit einem kleinen Lob für den Landrat von der CSU. Ich habe schon gesagt, der Landrat Wolf macht nicht alles falsch. Und vor allen Dingen ist er mit seinem Umgang jetzt mit der Flüchtlingspolitik ein wahrhaft warmer Kontrast zur Spitzenmannschaft seiner CSU auf Landes- aber auch auf Dreislinien. Diskutierte über die Probleme bei anstehenden Aufgaben für die Kommunen. Vier, fünf Prozent Wachstum wäre im Pfaffenhofen möglich, wenn wir riesige Wohnareale zur Verfügung stehen würden. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Einheimische Platz findet und zwar der Einheimische, der sich am freien Markt nicht versorgen kann. Doch das hauptsächliche Interesse galt ihm, dem Rambock der bayerischen SPD, dem Vulkan aus Abendsberg, Walter Adam. Als Frontmann einer SPD-Basis-Initiative, Zeit für die Mutigen, möchte er, zusammen mit Markus Käser und anderen, die SPD umkrempeln und sie zurück zu ihren ursprünglichen Werten bringen. Wie es dazu gekommen ist, kann ich euch gleich sagen. Ich habe damals in der Süddeutschen eine kleine Notiz gelesen, dass unser Landesvorsitzender Florian Kronold meint, dass es auch an der Zeit wäre, um neue Koalitionen zu denken und dass ich da auch durchaus eine Chance mit der CSU zusammenzugehen. Dann habe ich die Zeitung hingelegt und habe gesagt, das darf ja nicht gut sein. Das kann es ja nicht geben. Da müssen wir was tun, das geht ja nicht. Das haben wir einfach, wir gingen mit der CSU zusammen. Mit der CSU bin fast 50 Jahre alt der Partei. Ich habe mich 50 Jahre lang daran gewartet, dass wir endlich diese selbstgerechtige, selbstgefährdige, protzige Partei endlich mal abwählen. Ich habe gemerkt, wie viele in dieser Partei da sind, die kein Etus mehr haben, sondern nur noch ihre eigene Karriere im Kopf haben. Und dann haben wir dieses Video gemacht. Und wir von Bürgersicht haben ihn zum Gespräch gebeten. Bei mir sitzt der Herr Walter Adam und Markus Käser, der Kreisvorsitzende der SPD in Pfaffenhofen. Und Walter Adam ist der Frontmann einer Basisinitiative, Zeit für die Mutigen. Eine Initiative, die alte, die richtige SPD möchten sie wiederhaben. Entstanden nach einer vielbeachteten, letztlich aber vergeblichen Kandidatur zum Vorsitz der Bayerischen Sozialdemokraten. Das Ergebnis, große Überraschung, über 30 Prozent, selber nicht erwartet, habe ich nachgelesen. Bei noch größerer Überraschung, wenn es 51 Prozent geworden wären, hätten sie den Vorsitz angenommen. Oder wie die Augsburger Allgemeine schreibt, das halten sie eigentlich nie vor. Meine Frau hat gesagt, ich hätte es abgenommen, auch wenn es mein Leben ein bisschen verändert hätte. Aber mein Renten, also mein Pensionistenleben würde ich sagen, aber ich hätte es abgenommen, eindeutig. Gut, es ist nichts geworden. Wer weiß, für was gut ist. Das heißt, da das nichts geworden ist, haben sie jetzt mehr Zeit. Das heißt, vorher wollten sie die bayerische SPD aufmischen und jetzt als Frontmann der Initiative Zeit für die Mutigen, die Bundes-SPD. Bei ihrem Auftreten, wie die Süddeutsche schrieb, ein Urbayer, dem man der SPD gar nicht zutraut, vergisst man leicht, dass sie ein gelernter Realschullehrer sind. Darf ich fragen, welche Fächer Sie unterrichtet haben? Ja, das können wir zur Ruhe kommen. Das sind die Wirtschaftsfächer und, nicht zu vergessen, Musik, mein Lieblingsfach. Okay. Ich bin Musiker und da bin ich also emotional genauso gerichtet und muss sagen, ich wäre ohne Musik, kann die gar nicht existieren. Okay, aber Wirtschaft, das heißt, man muss auch rechnen können. Schon, aber das war schon mehr oder weniger, das können meine Schüler so nachvollziehen, so mein Mussfach. Mussfach? Mussfach. Man muss es können, aber herzensmäßig war ich immer bei der Musik. Gut, aber sie konnten es. Ja. Und jetzt kommen wir mal auf das von Ihnen mit drei anderen verfassten Manifests, in dem steht, führende Sozialdemokraten haben sich mit der Rolle als Juniorpartner der Union abgefunden. Jetzt müssen Sie mir erklären, nachdem wir festgeschaut haben, Sie können ja rechnen. Gelten für die Mutigen die Gesetze der Mathematik nicht, die klar besagen, dass man als SPD, die mit 25,7% aus der letzten Bundestagswahl rausging, in eine Koalition mit der 34%igen CDU, die so geht, nicht automatisch der Juniorpartner ist? Das ist ja das Wort Juniorpartner aufhängen, gut. Das steht im Manifest. Entscheidend ist ja das, dass wir uns in dieser Partnerschaft allmählich selbst aufgegeben haben. Wir haben unsere Profile verloren, auch wenn wir glaubt haben, jetzt durch Mindestlohn, manches haben wir durchgesetzt, da können wir uns auch hin, natürlich streicheln. Aber entscheidend war, dass wir in dieser Koalition immer wieder Grundsätze unserer eigenen Werteorientierung mit Füßen getreten haben. Herr Käser, wieder ein Satz aus dem Manifest, das Sie ja jetzt mitverteidigen am Vorherster Front als großer Kommunikator. Sie haben die Webseite, Sie betreuen die Webseite, haben die aufgebaut und touren auch, oder haben es zumindest vor durch die Lande, um den Leuten, der Basis, genau die Inhalte dieses Manifests näher zu bringen. Da steht drin, die SPD ist ihre sozialdemokratische Erzählung abhandengekommen. Wie geht die Erzählung? Die Frage geht in erster Linie ja dahin, was passiert in Zukunft. Und das Manifest befasst sich natürlich sehr, sehr stark auch mit, ich sage jetzt einfach einmal, Inhalten, sehr stark ideologisch. Und mein Teil in dem Manifest zu spielen ist, die Diskussionsfröhlichkeit in der Partei auch wieder anzuregen. Und insofern schreiben wir unsere Geschichte immer wieder neu und vor allen Dingen selbst als Mitglieder. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Da mag jeder ein bisschen auch andere Brille drauf haben. Es gibt Grundwerte, auf die man sich immer wieder zurückbesinnen kann, die man immer wieder neu interpretieren muss. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die haben in jedem Zeitalter möglicherweise ein bisschen einen anderen Klang, ein bisschen eine andere Ausführung. Wenn ich aber nach vorne schaue, dann habe ich vor allen Dingen ein Problem damit, dass eine SPD mehr oder weniger visionslos daherkommt. Heute in der Großen Koalition einiges erreicht hat. Und da kann ich unumwunden sagen, dass ein Gabriel aus diesen 25 Prozent mehr oder weniger inhaltlich fast 50 Prozent gemacht hat. Da muss man sagen, großer Respekt. Da hat er gut verhandelt. Mich interessiert aber, was passiert jetzt, sich jetzt dann wieder auf die gleiche Schiene zu setzen und zu sagen, unsere einzige gemeinsame Basis, die wir als Interessensgemeinschaft noch haben, ist die Alternativlosigkeit einer Großen Koalition. Das kann auf jeden Fall nicht unsere Geschichte sein und auch nicht unsere Zukunftserzählung, die wir mit Sicherheit anders und selber gestalten müssen. Wenn ich da auch aus Ihrem roten Manifest, ähnelt ja nicht, wahrscheinlich von ungefähr dem Parteibuch, zitieren darf. Sie haben es gerade angesprochen, parteiintern regiert das Diktum der Alternativlosigkeit, wenn jeglicher Widerspruch durch vermeintliche Staatsdressant diszipliniert wird. Da hätte ich es ganz gern etwas genauer. Wer wurde wann wie diszipliniert in der Partei? Das ist ein ganz einfaches Beispiel, für mich eines der Kernanliegen. Wir haben elf von 16 Landesverbänden einen Grundsatzbeschluss gegen die Vorratsdatenspeicherung gefasst. Dann kam es zu einem Parteikonvent, auf dem mehr oder weniger Sigmar Gabriel, zumindest ist es im Vorfeld dann auch immer wieder in der Presse so verkündet worden, seinen Rücktritt damit verbunden hat, wenn man diese im Koalitionsvertrag festgelegte Regelung eben nicht so fassen würde. Und da ist für mich dann auch einfach als Mitglied, Kreisvorsitzender hin oder her, irgendwann Schluss. Weil ich dann sage, was ist mir jetzt an der Stelle wichtiger? Und ich sehe Kompromisse, die in einer großen Koalition notwendig sind, die sehe ich ein. Dass eine Angela Merkel nicht rechts unten das Parteiprogramm der SPD unterschreibt und dann ist sozusagen alles in Not, das ist mir klar. Aber bei Dingen, die ich selber in der Hand habe, wenn ich an der Regierung bin, wo ich eindeutige Mitgliedervoten habe, wo ich überzeugt davon bin, dass 80 Prozent gegen diese Regelung an der Basis sind, dann ist für mich schlicht und ergreifend einfach eine rote Linie überschrieben. Wir betrachten unsere Geschichte nicht als Folklore, wobei Folklore meiner Meinung nach noch nichts Schlimmes ist, sondern als Verpflichtung, wir wollen wieder wirkliche Sozialdemokraten sein. Etwas provokant gefragt, wie unwirklich waren denn die Sozialdemokraten, die in Berlin zum Beispiel den Mindestloben durchsetzen und was man sich hier bei der Halbzeitbilanz der SPD, ihrer SPD-Bundestagsfraktion durchlesen kann, ich finde ein sehr bemerkenswertes Arbeitsergebnis, wenn ich zitieren darf, gesetzlicher Mindestlohn, Frauenquote, Rentenreform, Mietpreisbremse, höheres MAFEC, mehr Geld für Bildung. Wie unwirklich waren denn diese Sozialdemokraten, wenn Sie sagen, Sie wollen wirkliche Sozialdemokraten sein, wie unwirklich waren die denn dann? Ich kann nur noch sagen, wenn ich den jüngsten Beschluss anschaue, der im Bundestag angetreten ist, dass nur 17 Bundestagsabgeordneten sich gegen den Einsatz in Syrien ausgesprochen haben, nur 17. Und diese Partei als Friedenspartei an sich gilt, und Willy Brandt war ja lange Zeit dabei, diese Partei in der Form zu prägen, dass er gesagt hat, man muss mit allen reden, Krieg ist die allerletzte Form. Dann erschüttert mich das Pragmatismus, nur weil man jemandem recht geben möchte, weil er vom Krieg redet, also ich spreche jetzt den französischen Staatspräsidenten Hollande an, nur dann, und weiter nicht zu überlegen, was passiert denn eigentlich da unten, hey, beim Bomben schließen wir helfen denen, hier kommen unschuldige Menschen um, und wenn Menschen umkommen, kommt es immer zu Hass, zu weiteren Kriegen. Das hat doch nie was zum Positiven geführt. Man hätte diese ganze Geschichte austören können, man hätte mit denen, die die da, die ISIS unterstützen, wie Türkei und Saudi-Arabien ganz anders umgehen müssen, entschiedener und ganz klar sagen, Freunde, es geht nicht. Und nicht ziehen hinterher, nur weil man hier meint, man möchte mit Flüchtlingen nicht belästigt werden, in Arsch kriegt jetzt dem, was die Türkei anbetrifft. Und was Saudi-Arabien betrifft in der Vergangenheit, was wir da offen geriefert haben, ist unverantwortlich gewesen. Darf ich kurz auf die Frage eingehen? Ja, was mich nämlich daran interessieren würde, die hangeln, kein Problem, die hangeln sich doch hier genau an den SPD-Grundsätzen entlang, wird das nicht gesehen oder ist das zu wenig? Nein, nein, also es ist so, die zwei Dinge, die eine Frage war ja nach der Folklore, und die kann ich ganz einfach beantworten, es geht immer nur nach vorne zu schauen, und mich an alten Zitaten immer wieder glücklich zu klatschen auf Parteitagen, ist die eine Übung, dem erliegt man schnell, wenn man in einem Delegiertenverfahren drin ist, und dann werden schöne Reden gehalten. Dass diese große Koalition in der Form, wie sie jetzt gemacht wurde, einerseits auch große Erfolge zu verzeichnen, und das ist überhaupt nicht abzustreiten, dass der Mindestlohn ist eine Errungenschaft. Und jetzt auch zu fordern, den Mindestlohn zu erhöhen, wie es jetzt die anderen alles machen, ist auch vollkommen richtig. Wir verstehen uns ja auch nicht als eine, wie soll ich jetzt sagen, zerstörerische Kraft innerhalb der SPD, die sagt, wir müssen jetzt alles schlecht machen. Aber wenn ich nach vorne schaue, dann gibt es eben auch Dinge, da wo ich mich als Sozialdemokratie neu ordnen kann, gerade jetzt in der Vorbereitung zur Bundestagswahl, und da muss ich mir halt über bestimmte Themen, jetzt wo ich es kann, auch bewusst werden und darüber diskutieren. Das Ergebnis, das der Sigmar Gabriel auf dem Bundesparteitag hatte, hat schwerpunktmäßig meiner Meinung nach was mit TTIP zu tun. TTIP ist eines der Themen, die wir eben noch steuern können. Es ist für die Voraussdatenspeicherung eine Evaluierung geplant, in drei Jahren, glaube ich. Das heißt, auch da kann man eine klare Aussage treffen, wie man dazu steht. Und in meinem Fall kommen auch noch solche Fragen, wie ich bin Landesvorsitzender der bayerischen Bürgerenergiegenossenschaften, Gesellschaften, die sind aufgestellt von Aschaffenburg bis Bad Reichenhall. Und die Energiepolitik, die die SPD derzeit bietet, ist schwerpunktmäßig Konzernpolitik und keine Richtung, die ich mir vorstelle, Demokratisierung der Energiewende, Wertschöpfung vor Ort halten, also alles Themen, mit denen ich so für die SPD nicht kämpfen kann. Und da ist auch für mich eine ganz, ganz, ganz dunkelrote Linie überschritten, schlicht und ergreifend deswegen, weil die SPD mit ihrem Kooperationspartner war es, die dieses EEG geschaffen hat. Ein wunderbares Gesetz, das weltweit erfolgreich und mehrfach kopiert wurde. Und jetzt wurden wir jetzt von der gleichen SPD wieder in ganz, ich sage schon fast perfider Art und Weise, einkassiert. Wenn man nämlich noch vorne immer dieses Gesicht macht, wir machen ja die Energiewende, ihr wollt ja bloß einen sauberen Strom. Gut, mit der Kohle, da müssen wir uns ein bisschen Zeit lassen, da haben wir zu viel Klientel und da war eine starke Ministerpräsidentin. Aber wer hat denn eigentlich gesagt, dass diese Energiewende von lauter so kleine Graudera gemacht werden soll? Und so kommt mir das vor. Auf der anderen Seite beschwören wir die Bürgergesellschaft, beschwören wir, dass die Bürger sich mehr für unsere Gesellschaft engagieren sollen. Und Bayern als Bürgerenergie-Land unglaublich erfolgreich, die meisten Bürgerenergiegenossenschaften in ganz Deutschland, sollen jetzt durch Gesetzesänderungen, Kapitalanlage, Klein- und Liegergesetz, die Ausschreibungen, die jetzt kommen sollen, die sollen jetzt sozusagen zerstört werden, beziehungsweise werden die ab 2017 nur noch wenig eigene Projekte machen können. Und auch das ist ein Punkt, wenn ich nach vorne schaue, wo ich in meiner Partei eine Diskussion anstoßen möchte. Und wo ich mich nicht in diese Zwänge begeben will, wie es jetzt schon wieder vorbereitet wird, nämlich erstarken der AfD. Wir können quasi schon wieder gar nicht anders. Wir müssen am Ende in diese große Koalition. Und diese, ich sage jetzt einfach mal, diese einerseits-andrerseits-Positionierung, tut der SPD insgesamt nicht gut. Erstens erstickt die Diskussion. Und zweitens, wenn man von außen drauf schaut, da hast du jetzt dieses Heft in der Hand. Das ist übrigens ja allen Mitgliedern auch zugeschickt worden, das kennt ja jeder. Da kann man unumwunden sagen, wunderbar, was da alles drin steht. Warum bewegt sich dann diese Partei in den Umfragewerten nicht nach oben? Wenn sie so erfolgreich ist, wenn sie so erfolgreich ist in ihrer Bundespolitik, wenn sie quasi der Motor dieser Bundesregierung ist, warum bleibt sie, stagniert sie in den Umfragewerten? Und da bin ich überzeugt davon, dass es eben einfach dieses Herz ist, das fehlt. Man hat dann immer den Eindruck, dass da Menschen sind, die dieses Land irgendwie bewegen wollen, sondern die wollen dieses Land nur noch verwalten, in den Zwängen einer Alternativlosigkeit in der Großen Koalition. Dazu möchte ich mal sagen, dass in der Sozialdemokratie ja natürlich ein Minderwertigkeitskomplex besteht. Wir würden von der Wirtschaftspolitik nichts verstehen, sondern uns die FDP eingeredet scheinbar. Genau die, gegen die man sich richten müsste. Die FDP ist die Partei derjenigen, die wirtschaftlich mächtig ihre Interessen wahren wollen. Leider, so ist es, die Partei ist so worden. Unter Langsdorf. Und jetzt gerade bei TTIP zeigt sich es ja, dass sich diese Kreise natürlich in dieser Form was einiges versprechen. Wenn wir ja zu TTIP sagen, knallen die Korken in einigen Konzernetagen. Toll. Wir wissen aber genau, welche Bedeutung das hat auf unsere Demokratie. dieses Sondergesetz, das jetzt, oder dieses Sondergericht, das da errichtet wird, ist wieder ein Sondergericht. Es fügt sich nicht den normalen, ordentlichen Gerichten, wie es wir wollen, sondern es ist ein Sondergericht, das ein Eigenleben führt und damit ein Eigenlebeninteresse der Großkonzerne. Und das ist nicht Aufgabe der SPD. Absolut nicht Aufgabe. Wir müssen sogar das Gegenteil machen. Wir müssen sie kontrollieren. Wir müssen hier Regeln ausstellen, an die sie halten müssen. Ob das eben Steuerrecht ist oder Sonstiges. Das ist die Aufgabe der SPD. Und in der Globalisierung eine umso größere Aufgabe. Nur so können wir die negativen Wirkungen der Globalisierung, und davon haben unsere Bürger am meisten Angst. Nur so können wir es in den Griff gehen. Die SPD hat bis jetzt auf diese Fragen nicht die richtigen Antworten gefunden. Und sie bemüht sich auch gar nicht, Antworten zu finden, weil sie meint, sie muss entsprechend dem jetzigen Tagesgeschehen immer das Richtige zu machen. Kann es sein, dass die SPD nicht nur eine Minderwertigkeitskomplexe, sondern auch eine Linkenphobie hat? Auch das. Sie haben ja nicht umsonst das Manifest geschrieben, existente parlamentarische Mehrheit links der Mitte zu nutzen. Da würde mich jetzt brennend interessieren. Welches Signal sollte dann von Berlin aus, von der Bundes-SPD kommen, das Ihnen signalisiert, okay, lassen wir das mal mit dem Minderwertigkeitsgefühl, da sind wir noch nicht so weit, aber dass wir durchaus sehen, dass es links von der Mitte eine Mehrheit gäbe. Welches Signal sollte denn da kommen? Also, mit einer, mit einer, was für mich was sicherlich sein wird in der nächsten Zeit, aber das nur natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, sonst wird erst am nächsten Morgen, dass wir voneinander auch lernen müssen. Und wir müssen auch von den Linken lernen manchmal, dass die Konsequenz ihrer Forderung auch an uns zunächst einmal gerichtet ist, in erster Linie. Die Linken sind eine enttäuschte Partei, von der SPD enttäuscht, den Großteil ist dort abgewandert. Für mich ist langfristig die Zielsetzung, die wieder zusammenzugehen. Wieder einmal, muss nicht sein, dass wir immer die Hand ausstrecken, es kann auch von Ihnen kommen, aber die Hand nicht abwehren, sondern sie interessehalber mal prüfen, was bietet die uns, was sagt die uns. Und dann müssen wir zusammenkommen, wir müssen wieder reden. Wir haben eine fürchterliche, ja fast so eine psychopathische Scheu, mit Linken zu debattieren. Und das muss aufhören. Wir müssen die Debatten auch mit den Linken führen, wie wir es mit den Grünen führen, wie wir mit denen führen, die uns näher stehen. Und eines ist auch klar, und das sage ich ja ganz offen, die Grünen und Linken stehen uns näher als die CSU und die CDU. Genau zu dem Punkt neue Mitte. Nicht neue, wie sind das jetzt? Arbeitende Mitte. Arbeitende Mitte. Die Arbeitende Mitte ist schon quasi ein so ein programmatischer Vorstoß, der da kommt. Und ich habe dazu, oder parallel dazu, ein Interview mit Christian Ude gelesen, vor kurzem. Und ich war ehrlich gesagt schockiert. Und da war ein Satz drin, da hat er quasi so, vom Schwaben her Küchentisch aus, hat er da über ähnliche Situationen, auch über die Partei und über die Situation in der Wählerschaft, ein Statement gefasst, wie das ging in die Richtung, dass er fest davon überzeugt ist, dass es quasi nicht mehr, eine nicht mehr organisierbare, politisch organisierbare Unterschicht gibt. Aus verschiedenen Gründen. Ich weiß jetzt, ich will es nicht falsch zitieren. Es war im Prinzip eine strategische Aussage, so habe ich es verstanden, so nach dem Motto, es gibt da also gewisse Menschen in unserem Land, die sprechen die Sprache nicht mehr, die sind nicht mehr politisch organisierbar, sind sozusagen Abgehängte und mit denen können wir uns also quasi deswegen nicht mehr beschäftigen, weil sie ja eben nicht politisch organisierbar wären. Das heißt, das ist im Prinzip ja so eine Art, schon, sagen wir mal so eine Formel, die auch diese Arbeit in der Mitte anspricht, die, die eine Arbeit haben. Und da hat man ihn, wo ich zum ersten Mal auf den Walter aufmerksam worden bin, also in dem Video zu seiner Kandidatur für den Landesvorsitz, hat der Walter am Ende einen Satz drin, der mich persönlich unglaublich bewegt hat und der hieß, wir sind nicht bloß, oder wir sind nicht für euch da, wir sind nicht wir, sondern wir sind für euch da, sondern wir sind für euch da, und zwar für die, die uns wirklich brauchen. Und diese Frage, der Walter hat es gerade gesagt, also auf der einen Seite Konzernen in den Hintern kriechen, auf der anderen Seite abgehängte Menschen, oder mehr oder weniger eine Klasse von abgehängten Menschen zu definieren. Ich definiere es ja damit, wie wir es auch gesprächsvoll machen. Oder eben, du hast die Linken angesprochen, zu sagen, das ist Klientel der Linken, das interessiert uns nicht mehr. Ja, wer sind wir denn oder wo stehen wir denn dann da überhaupt? Ich komme mit vielen anderen Parteien inhaltlich über vieles auseinandersetzen, aber was ich nie als Partei machen darf, ist dazu, noch dazu als SPD nicht, zu sagen, es gibt da bestimmte Menschen, also Gruppierungen, für die bin ich nicht mehr da, und gleichzeitig behaupte, ich bin eine Volkspartei. Und da stimmt doch was nicht mehr. Und zu den Milliardären, der vielleicht, kann ich noch Verständnis haben, wenn man sagt, wir sind wirklich nicht für euch da. Aber zu denen, die eigentlich unser Klientel sein müssen, der will so etwas nie sagen. Was gibt denn die Hoffnung, dass sie das, was sie manifest, und was sie jetzt gerade hier im Interview ja verdeutlichen, was gibt ihnen die Hoffnung, dass die angesprochenen Personenkreise sich die Zeit und das Verständnis dafür nehmen? Welche sind jetzt gemeint? Das ist durchsteigendes Manifest, was die SPD sich wachrüttelt ist. Wir reden von Überalterung, wir haben auch heute bei der Veranstaltung mein Brei Königstreff, ja, okay, gut, mit einem Blick auf die Zuhörerschaft, haben Sie, Herr Käser, ja gesagt, naja, gut, ihr werdet es, ich übertreibe jetzt, ihr werdet es nicht ganz so, ich werde euch nicht ganz so interessieren, was das mit der Vorausdatenspeicherung ist, aber denkt ihr an eure Kinder, die verstehen ja schon. Also, schönes Beispiel. Ja, aber ist das nicht, ist es nicht sehr vermessen, oder ist es nicht, vermessen kann man nicht sagen, sondern ist es eine wahnsinnig sehr gute Aufgabe, dann wirklich die Partei so weit aufzurütteln, dass sie dem Folge leisten, und dass sie auch, dass sie sich der Mühe unterziehen, ihr Pampfliet, hätte ich beinahe gesagt, also ihr Manifest, das ja wirklich nicht leicht zu lesen ist, es ist ein bisschen sehr intellektuell überfrachtet, Gott sei Dank gibt es das Video dazu, weil das ist ja das mehr das Eingängigste, die Verpalast entschlackte, aber was gibt Ihnen die Hoffnung, dass was passiert? Also das Manifest lesen bestimmte Leute nicht, weil sie zu, wirklich, aber wir wollten auch nicht etwa in einfacher Sprache diese komplexen Dinge wiedergeben, sondern wir wollten eigentlich auch, und das ist unsere Intention bei dem Manifest, das auf eine Ebene bringen, die auch wissenschaftlichen Belangen standhält. Und deswegen ist es aber nicht so, dass wir sagen, wir müssen immer nur die Sprache der ganz einfachen Leute reden, wir wollen aber sie ansprechen, indem wir sie einfach, das ist wirklich, ich sage darauf aufrunden, ich bin für euch da, wir machen etwas, was euch einschließt, also diese Barmherzigkeit oder Warmherzigkeit ist ein wesentliches Moment der Partei. Man darf nie welche Leute, die sich ausklinken oder aus persönlichen Frust oder einfach sagen, meinetwegen sich völlig zurückziehen, wie die Jugend ist, man darf die nicht einfach als nicht existent für die Politik anschauen. Das wäre eine wichtige Sache, dass wir die ansprechen, ihnen helfen. Sonst kommen die Leute, genau die Leute sind es nämlich, die dann Pegida oder AfD stärken, weil sie sagen, mein Gott, die anderen kriegen alles, und ich kriege nichts, dieser Neidgedanke kommt dann wieder. Oder kann ich zum Weg gehen. Ja, oder ich gehe gar nicht zur Wahl, weil die mahnen doch, um etwas zu wollen. Und deswegen, weil wir das spüren, dass sich unsere Partei, Kaste, unsere Politiker-Kaste, die obere, abgeschottet hat, vor den Leuten, dass sie einmal runtergehen und sagen, Freunde, ich bin für euch da, und ich sehe einmal meinetwegen mit Reiter Ausnahme, weil der war in Asienlandenheim, der hat sich die Sache angeschaut. Das finde ich sehr wichtig, dass einer runtergeht und sich wirklich die Arbeit macht, nicht nur einmal, ein Gummistift anziehen und wenn etwas überschwemmt ist, dass er hingeht, damit die Politik und Presse kommt mal, ich bin einer von euch. Nein, dass einer wirklich glaubt, ich tue was für euch. Und ich muss das nicht immer raushängen, aber ich gebe auch zum Beispiel jetzt deutsche Unterricht für Syrer. Das ist freiwillig. Und es bringt mir auch was, weil ich weiß, ich verstehe erst die Leute richtig. Und wenn ich an diese neidigen Sprüche höre, die kriegen das, und die sind auf Rosengebieten gar nicht da, müssen sich mit einer Bürokratie beschäftigen, die unglaublich ist, und müssen sich natürlich mit ihren ganzen Traumaters, die sie haben, auch zurückfinden. Ich habe da noch ein ganz einfaches Beispiel, das ich als einfacher Kommunalpolitiker da erlebe. Ich bin Fraktionssprecher in einem Stadtrat, in einer Kleinstadt, und bewege mich auf neuen Kanälen, auf Facebook täglich. Und was da so an mich herangetragen wird, oder Leute, die mich dann anschreiben, da merke ich ja, das sind ja diejenigen, die genau dieses Angebot auch nutzen, zu sagen, da ist jetzt einer, den kenne ich, der ist da vor Ort, oder hat auf jeden Fall was mit meiner Gemeinde zu tun, und den kann ich jetzt ansprechen. Und ich merke in der Diskussion, die da oft entsteht, oder in den Fragestellungen, die da aufkommen, dass man sich, ohne so ein, so eine Kenntnis, wie ein Mensch in unserer Gesellschaft heute lebt, und zwar durch alle Schichten, da schreibt mir der Bauer und Träger ganz genauso an, wie jemand, der halt tatsächlich das Problem hat, dass er sagt, ich muss aus meiner Wohnung raus, oder das Problem hat, dass Flüchtlinge im Nachbarhaus einziehen, und er jetzt nicht weiß, wer da zuständig ist, mit wem er reden kann, aber wer das nicht mehr mitkriegt, wer komplett davon entkoppelt ist, und dann auch noch auf die eigenen Mitglieder, die ja das da hintransportieren könnten, in einem, sei es Delegiertenverfahren, oder im Gespräch mit einem Abgeordneten, auch nicht mehr interessiert, da kriege ich Angst, weil da habe ich das Gefühl, da sitzen Leute, die irgendwelche Entscheidungen von irgendwem beeinflusst, aber wenn es bei der SPD nicht mehr die Mitglieder sind, wer ist denn dann, bezahlte Unternehmensberater, der war vorher bei der CDU, bei der CDU, der wäre gefragt, aber ein Antrag, den ich zum Beispiel persönlich ausgearbeitet habe, den der Kreisverband auf dem Hofen unterstützt hat, der so beim Landesparteitag, wo der Polter akzeptiert hat, im Hirschheim vorgetragen wurde, von der Antragskommission und von den anwesenden Delegierten einstimmig angenommen wurde, da höre ich nichts mehr davon. Jetzt nehme ich mal ein ganz böses Beispiel raus. Dieser Antrag, der von unseren Parteiführern dann immer wieder ins Feld geführten, vorhandenen Parteistrukturen erarbeitet und ausgeführt wurde, der interessiert mich dann. Da kriege ich vom zuständigen Abgeordneten nicht einmal mehr Info, auch bei dreimaliger Nachfrage, was passiert eigentlich mit dem Antrag? Was passiert eigentlich mit dem Antrag? Keine Antwort. Als ich dann, in meiner anderen Funktion als Landesvorsitzender, das ist jetzt immer so wichtig, aber als Vorstandsvorsitzender dieser Landesvereinigung für Bürgerenergie, dem Sigmar Gabriel öffentlich kritisiert habe, da konnte er dann eine SMS schreiben. Und zwar, dass ihm das seine Position in Berlin nicht stärkt. Also da kriege ich Gänsehaut bei sowas. Und da könnte ich jetzt noch ganz, ganz viele solche seltsames Gebaren von seltsamen Gebaren von solchen Leuten erzählen, aber ich sage, wenn ich mit einem Bürger, der mir auf der Straße begegnet und mich, wenn er auch nur so eine blöde Frage stellt, so umgehen würde, dann würde ich, dann wäre für mich die Legitimation in einem Stadtrat zu sitzen, verwirkt. Also wenn sich jetzt zum Beispiel an diesem Frust, an dieser Gänsehaut, an dieser Angst nichts ändert, auch nicht durch Ihre Basisinitiative, welche Konsequenzen hätte das für Sie persönlich nicht mit dieser SPD? Und das stellen wir uns lieber nicht, die Frage. Die Frage ist, wie stellen wir die schon? Und zwar ganz einfach deswegen, weil wir kritisieren ja auch jemanden, wie zum Beispiel den Heiko Maas, dass er da umgefallen ist in der Entscheidung und dann konsequent gewesen wäre, wenn er zurückgetreten wäre und nicht einfach dann sagt, ja gut, ich gebe dem wieder einen anderen Namen, ein bisschen einen anderen Anstrich, das heißt jetzt gar nicht mehr Vorratsdatenspeicherung, sondern Höchststeigerfrist oder so, das ist so ähnlich wie dass man zu 30 Sitzungen dann irgendwie Willkommensinkter sagt, also das ist ja so diese eben Konsensfeule, die wir immer wieder ansprechen. Für mich ist es so, ich bin einerseits Kreisvorsitzender, das heißt ich habe auch diesen Kreisverband zu organisieren und das tue ich auch gerne. Ich bin jetzt gewählt bis 2017, dann gibt es bei uns sowieso mehrere Entscheidungen, also zum einen ist es die Landratswahl, die ist vor Ort, aber auch eben die Vorbereitung oder dann eigentlich die aktive Zeit des Bundestagswahlkampfes. Jetzt habe ich die Chance, die einmalige Chance, in dieser Zeit 2016 inhaltlich zu versuchen, eine Diskussion anzustoßen, was zu beeinflussen und sollte das im Jahr 2017 sich zu den wesentlichen Punkten nicht verändert haben, dann nehme ich jetzt einfach meinen Titip für mich als eines der zentralen Themen, dann muss ich zumindest meine öffentliche oder meine erdamtliche Funktion als Kreisvorsitzender, die muss ich dann aufgeben. Also ich kann nicht als Kreisvorsitzender einerseits rausgehen und sagen, wählt diese Partei und eigentlich stehe ich gar nicht dahinter, persönlich nicht dahinter. Schauen Sie da gänzlich für die SPD verloren? Nein, ich würde nicht austreten, weil ich sage, das ist immer wert, eben intern weiterzukämpfen, aber die Frage war ja, wenn es jetzt das eine Jahr nicht reicht, es kann alles Mögliche sein, es kann, wir können, denke ich, noch viele reichen, aber ein Jahr ist auch kurz und unsere Möglichkeiten sind auch beschränkt. Wir sind nicht bezahlt, wenn heute eine Anfrage aus Aschaffenburg kommt, wir fahren da selber hin, wir müssen das auch zeitlich und finanziell irgendwie hinkriegen, wir versuchen es jetzt ein bisschen anders, wir sagen natürlich auch, diejenigen, die sich interessieren, haben Rückmeldungen aus ganz Deutschland, aus Köln, aus Bremen, aus Berlin, aus Nordrhein-Westfalen ganz viel, ja, denen sagen wir, es gibt eben eine inhaltliche Basis, zumindest auf der man eine Diskussion anfangen kann und dann gibt es ja eben auch Parteistrukturen, wie jetzt auch heute, wo der Ortsverein Wohlstags sagt, wir wollen diese Diskussion haben, es gibt sicher auch Ortsvereine, die sagen, wir wollen diese Diskussion nicht haben, aber das in diese Organisationen hineinzutragen, gleichzeitig auch die Öffentlichkeit oder eben in erster Linie sprechen wir ja auch mit unseren Mitgliedern an, zu informieren, was eigentlich dahintersteckt, das sind ganz konkrete Ansätze und jetzt schauen wir, was dieses Jahr passiert, aber für mich ist klar, dass ich da auch mein, zumindest das Schicksal des Gleisvorsitzenden dran hängen muss. Ortsverein ist für mich noch mehr eine andere Ebene, das ist der Grund, warum es noch ganz, ganz viele Sozialdemokraten vor Ort gibt, das sind diese Ortsvereine, diese harten Kerne, wo man sich persönlich kennt und wo man sich auch persönlich schätzt und liebt und Ortsvereinsvorsitzender bin ich auch, dass ja diese Personalunion immer ganz schnell bei der SPD hat, wenn man sozusagen nur ganz kurz gesagt hat, dass man sich auch zur Verfügung stellen würde, wenn es denn nicht anders geht, aber es ist einfach so, diese Personalunion muss ich sowieso irgendwann auflösen, also das heißt, für mich ist dann der Kreisvorsitz einfach erledigt. Das heißt, deswegen setze ich mich jetzt unseren Herrn dafür ein, dass es mir möglich ist, wieder anzutreten. Also klare Ansage von meinem Käse, von Ihnen, ich bin Ehrenvorsitzender in Bromsberg, SPD-Ehrenvorsitzender, wir haben mich nicht umsonst zum Ehrenvorsitzender. Wie kam es da eigentlich dazu? Naja, dieses Jahr, dieses Jahr habe ich überregional, ja, bayernweit zumindest, der muss ein Aufsehen erregt und ich fühle mich mit meinem Ortsverein, das ist ja immer mein alter Punkt, wir haben einen super Ortsverein in Langsberg, mit dem wir diskutieren, also wirklich diskutieren. War das die Belohnung für das Antrieb? Das war auch irgendwo eine Anerkennung meinerseits, dass ich das Ja gesagt habe, dass wir, immerhin gehört das natürlich auch dazu, dass ich da sage, ich kandidiere und ich trete da an und das war schon eine Antwort darauf und mich hat es auch gefreut, aber der Punkt ist der, wenn das jetzt das Ja, wenn Sie sagen, was passiert in der Zukunft, wenn Sie nichts geschehen, dann wäre ich ja zumindest, zumindest jetzt schauen, dass ich, ich habe noch keine Lösung, ich sage es mal ganz ehrlich, irgendwann wäre es konsequent, sich aus der Partei zu verabschieden, aber dann würde ich es nicht machen so mit La Fontaine, so heimlich, dann würde ich es mir knallen und pauken und trupeten und alles mitreißen, was geht. Meine Leute aufhetzen, bis zum Geht raus, geht raus, geht raus, macht die Partei kaputt, auch das will ich nicht. Ich bin kein Spalter, ich möchte die Partei von innen rauf gesunden, meine, das möchte ich gar nicht, sage ich, Britschen, das war jetzt etwas sehr Kühnes, was ich so habe, aber ich möchte diese Spaltung nicht, ich möchte auch nicht den brutalen Streit, ich habe es mir erwartet, dass ein Rindersbacher, ein Brunold vielleicht auf mich zukommt, sage ich, pass mal auf, der hat so eine Basis-Initiative, pass mal auf, aber ich höre dann nur das Wort, ihr habt, er schadet der Partei, er spaltet, er macht uns kaputt, ihr seid die Schuld, wenn wir so ein schlechtes 10%-Ergebnis haben in Bayern, da wird von mir, wird sicher der Finger kommen, du bist schuld mit deinen spalterischen Tendenzen, mit deinen Veranstaltungen, dass diese Partei später, meinetwegen, auf 12% runtergeht, in Bayern, und vielleicht fängt es in Nordrhein-Westfalen, Württemberg, was ist, Rheinland-Pfalz, und was ist die nächste Wahl, irgendwo in Sachsen, Sachsen-Hunhalt, glaube ich, also drei Wahlen, nicht demnächst im März, und wenn dann die SPD erfotzen kriegt, was ich glaube, ich muss gar nicht sagen, nicht hoffe, sondern ich glaube es, dass es der Fall ist, weil ich kenne die Reaktion, was in Facebook passiert, was überall passiert, das ist nicht gut, wir haben zur Zeit schwerst, schwerst Wind gegen uns, damit wir uns überhaupt noch als Volkspartei, überhaupt noch einigermaßen nennen können, müssen wir uns von innen drauf gesund und das möglichst schnell und möglichst in dem Jahr noch, und ich arbeite auch mit Markus, mit anderen, damit wir diesen Gesundheitsprozess so machen können, dass er wirklich schnell passiert, weil ich glaube, unsere Partei wird zur Stütter-Partei der Rentner, wenn das so weit geht. Von ernern gibt es ein Gestanzl, es gibt mehrere, aber ich ziele jetzt auch ein spezielles, und zwar, weil man ja eigentlich genau das Jahr als den Knackpunkt ins Auge gefasst hat, also wenn in dem Jahr nichts passiert, dann passiert aber mit den Mitgliedern was, zum Beispiel mit dem Kreislaufsitzende Pfaffenhofen unter Umständen, wie auch immer. Da sagen sie, sinngemäß, wenn der als der Herrgott einen Adam nach dem Jahr gefragt hat, nachdem er ihm die Rippen rausgebracht hat, was er jetzt machen soll, dann singen sie, setzen wir es lieber wieder ein. Das wäre eigentlich das Gegenteil von dem, was ich jetzt interpretiere, dass sie sagen, sie wollen aber, dass die Rippen nicht eingesetzt werden. Der Schmerz, der früch bleibt, so weit wollen sie nicht gehen. Nein, da haben sie mich missverstanden. Ich bin kein Masochist, der an diesem Schmerz, ich will gar nicht Trotengar, ich will, ich will, dass die Partei gesondet. Ich persönlich habe mich als Rambock zur Verfügung gestellt, als junge Leute, nach mir nachgekommen und gesagt, siehst du, da hat es einen alten Alten gegeben, der hat wenigstens einmal auf den Tisch gehauen, der hat gesagt, dem müssen wir nachfolgen, weil ich weiß wie Jusos, Jusos sind nur, wenn es Leute gibt, die sich begeistern und sagen, Gott, das machen wir. Und meine Hoffnung ist, dass junge Leute auch drin und sagen, jetzt machen wir aus dieser Partei, ich bin ja auch 1971 so auch drin. Sie waren ja selber Jusos. 69 bin ich auch drin. Ich war ja selber Jusos. Wir haben uns gesagt, ich weiß noch, wie wir auch gegen einen Vogel sogar opponiert haben. Wir haben auch fürchterlich opponiert. Wir waren ja auch da, wir haben immer gesagt, geh rein, geh rein, die Partei, wir sind mehr, die nächste Wahl. Und wenn dann die Ortsvereine dann Delegierte gestellt, dann haben wir die Delegierten gestellt und den anderen, den alten Deppen, haben wir rausgeschossen. So muss es weitergehen. Okay. Ich sehe das fast ein bisschen weniger kühl. Insofern, aber na ja, es kommt ganz drauf an. Ich habe einfach eine andere Partei, Sozialisierung. Ich bin, zumal bin ich selbstständig, das heißt, ich komme also weder aus der Gewerkschaftsecke, noch, dass ich schon ewig lang dabei bin, sondern seit 2007, 2007, 2008 erst. Ein junger Hupfer. Diesbezüglich, aber mir auch klar ist, der Walter ist jetzt einer, ein Repräsentant, ein Mitglied in dieser Partei, wie es sehr, sehr viele sind. Also vom Alter, von der Motivation, warum sie eingetreten sind, Willy Brandt, also ich habe vor kurzem das Kondolenzbuch von Willy Brandt ausgegraben, als der Helmut Schmidt gestorben ist, habe ich geschaut, wie das da aufbereitet war und habe auch für den Helmut-Schmitter-Kondolenzbuch organisiert, aber wenn ich mir jetzt das durchgesen habe, was die da dem Willy Brandt geschrieben haben, das sind Dinge, die konnte ich gar nicht mehr unmittelbar nachfühlen, weil einfach das eine andere Zeit war. Ich bin aus kommunalpolitischen Gründen reingegangen, sicher persönlich auch so sozialisiert, dass es überhaupt keine andere Möglichkeit gegeben hat, also überhaupt keine Alternative zur SPD. Und ja, die Frage, ob man dann als Mitglied nicht mehr weiterwirken kann, die ist für mich eigentlich eine diesbezüglich kühle Geschichte, weil ich, wir sind eine Interessensgemeinschaft und wenn diese Interessensgemeinschaft zu einem Großteil nicht mehr diese Interessen oder mit meinen persönlichen Sichtweisen oder auch, wenn ich erlebe, mit sehr vielen anderen, mit denen man zusammenarbeitet, progressive Kräfte in der Gesellschaft, die etwas bewegen wollen, wenn diese Interessensgemeinschaft nicht mehr existiert, dann macht auch eine Mitgliedschaft keinen Sinn mehr. Und das muss sich ein Mitglied einer Organisation überlegen. Wenn natürlich viele nur immer deswegen dazugehen, weil ich sage, den kenne ich und deswegen bin ich da reingegangen, wenn man eben nicht mehr politisch diskutiert, wenn man eigentlich den Hintergrund, den Sinn und Zweck einer Interessensgemeinschaft, einer Partei gar nicht mehr im Mittelpunkt stellt, sondern nur noch, ja, wir treffen uns, wir machen Weihnachtsfeiern, wir freuen uns, dass wir uns sehen, alles toll, ich höre auch dazu. Aber eine Partei ist eben eine Organisation, die sich mit Inhalten auseinandersetzen muss und das ist uns in vielen, vielen, vielen Bereichen einfach auch an der Basis abhandengekommen. Und insofern ist jetzt die Bewegung für mich auch eine Art, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Frischzählenkurs, sondern es ist für mich ein Fenster aufmachen, dass ich wieder Luft bei all dem, was ich da sonst so erlebe. Ich bin Kompromisse gewöhnt in der Kommunalpolitik, ich bin programmatische Diskussionen gewöhnt, selber genügend Programme geschrieben, auch kommunalpolitische Anträge für den Landespartei, alles soweit einmal gemacht. Aber das Wesentliche ist für mich immer da, dass ich Mitglied einer Organisation bin, von der ich inhaltlich überzeugt sein muss. Und ich habe die Möglichkeit als Mitglied Inhalte mitzugestalten, das der man jetzt und im Jahr 2017 wird sich mal die eine Frage stellen, da ist für mich noch nicht so weit, dass ich sage, da ist jetzt alles weg, da ist jetzt gerade komplette Fundament weg, da ist der ganze Boden weggezogen, dass ich nicht mehr Mitglied sein kann. Aber zumindest ein Ehrenamt oder eine Funktion im Rahmen der Parteiorganisation, zumindest eine in der Form eines Kreisvorsitzenden, kann ich halt einfach nicht mehr machen. Okay, das waren klare Ansagen. Und weil Sie gerade auf Willy Brandt Konturenzbuch und so weiter abgehoben haben, vielleicht zum Abschluss, ich habe auf Bürgersicht unter dem Titel SPD kein Hort für echte Sozialdemokraten geschrieben, dass der Niedergang der SPD ja eigentlich in Anführungszeichen wegen ungeschriebener Regeln der Demokratie erfolgte. Da werden Sie jetzt nichts anfangen können. Ich zitiere hier aus dem Rücktrittsschreiben von Willy Brandt, nachdem Günther Guillaume, Affäre und so weiter, ihn eigentlich und Wehner zum Rücktritt gebracht hat. In diesem Sinne, aus ungeschriebenen Regeln der Demokratie, Sie haben etliche aufgeschrieben in Ihrem Manifest. Gutes Gelegen. Danke. Danke.